10 10 Cent nütze Spritze schmutziges Pflaster ja das nicht unbedingt in meiner Tasche haben und wir haben noch ein Dungle in Trix Eko wir gucken in der Kurze um umliegt nämlich auch Zeug und 20 Cent ich gebe klebrige Taschentuch Alter was das ist eine Lampe gehen wir da hoch ne aber kommt bestimmt später noch mal her hoffe ich sonst sehe ich jetzt nicht nicht was vielen Pauls was Klubentwicklung Pauls für den Pauls na gut ach so hier sech mal was übergeblieben ist mongolisches Rindfleisch ah geil die Mongolen hier geht noch mal 10 Cent und mal 10 Cent für Kauden das ganze Kleingeld ne hier liegt nur welches wieso liegt das wieso liegt das so alter liegt mal kein Geld jetzt sehe ich das erst hast die Penner verloren ja auch da wird ja alle mitnehmen wieso das guckt man nochmal liegt da die Penner kein Geld verloren wissen wir nicht hier liegen noch zwei hm ich sag's noch was und eins sehe ich noch dann schon 74 Dollar geil krass so Outport train station nach unten auf einstein an den haaren herangezogen h hier das ja alles gute Ratte äh das kaputt machen hier lang oder vorbei oder es scheint trainings zu sein ein feuerzeug und spritzbesteck gut ich bin dort ok cool Sie sind hier, Kuhnfreunde sammeln! Sieg an der verräterische Arschwicker ist auch da! Hey, wow, nee, nee, ich hab gesagt ich helfe den Wunderarsch, nicht euch! Tja, der Neue ist ein Kuhnfreund und Kuhnfreunde halten zusammen, du Arsch! Kommt, wir wissen über diesen Charme! Ja, Toolsheld genau das will Wunderarsch! Na gut Ok Wenn es einen Generator in der Nähe gibt, kann ich mit dem Sandbleister fast jedes Hindernis bewältigen! Wow, das ist fantastisch! Geschafft! Pull & Friends, vorwärts! Nur noch eins vorweg, Twishet! Ich traue dir nicht! Eine falsche Bewegung und ich mach dich platt! Ich bin nicht wegen dir hier, fette Arsch! Danach sind wir wieder Kotfeinde! Oh ja Ok, Klessy hat gesagt, dass die Katzen hierher gebracht werden! Alle Mann ausschwärmen! Hier, Miet! Hier, Miet! Hier, Miet! Hier, Miet! Miet, Miet! Miet, Miet, Miet! Ok Hier, Miet, Miet! Ok, was haben wir mit mir Schönes? Suche nach Scrambles! Ich kann nichts sehen! Ich brauche einen Boost! Ich dachte, als Drachen könnte man fliegen! Nein, nicht immer! Und ich dachte, als Drachen wäre man leichter! Das ist ein Drachen-Klischee! Scrambles! Geht das hier hoch? Hierher, Miet, Miet, Miet! Eine galone Frostschutzmittel, ja! Das ist genau das, was ich haben wollte! Hierher, Miet, Miet! Aber ich habe eine ganz dumme Vermutung, falls euch das auch schon aufgefallen ist. Hier, 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 überall! Alufolie! Wer benutzt Alufolie? Ihr wisst es, ich weiß es! Hups! Ich will den Fußball haben! gers2 Ich dachte, dir Emmanuel Harri Miet, Miet! Geht ihr da weg? okay ja ja ich glaube ich habe mir eine Katzen das ist ja so wie ein Schimmel oder die 100 Dollar Belohnung des Landes unser Freund Scheiß zu stoppen in dennoch nicht mehr hierher die Mieter Prozent nicht was ich hätte die sozialen Medien nach Katzen ja genau das bringt jetzt noch gerade hier reden so kann ich nicht mehr mit euch reden jetzt was aktives knackkuchen knackküche hätte geht es nicht dann das polterfolie rolle paketband und klebeband ich habe übrigens gesehen dass am boden hat und ich habe auch gesehen dass das ein da ein rotes kreuz drunter machen champion anzug pullover wasserflasche ist alles immer bloß im anzug ist wenig immer irgendwas zum einsammeln oder abschoss übersehen da haben wir mal uns auf das rote kreuz stellen naja mal sehen was gibt hier sind keine katzen so ich will jetzt nicht sagen aber da liegt etwas am Boden hier sind irgendwelche Leuchttemberg oder so und hier ist überall Alufolie das ist ein wunderschöner hinterher und da kann man mit dem reden was soll der scheiß ja mach ich mich mal hier sind keine katzen muss doch noch mal einer auftauchen hierher mix mix miau sind hier katzen ich wusste noch mal kurz und dann äh äh dann müssen wir sein ich glaube hier sind keine katzen hierher mix mix sind hier katzen hier kätzchen ok dann nehmen wir das mal zeig dich was gefunden oh nein ich habe unvorstellbar viel Alufolie und Lakaien gekauft ich habe 20.000 Dollar bekommen um Schnüffler hier fahren zu halten was 20.000 um Leute vom Rumschnüffeln abzuhalten das schaffe ich aber schon mit ein paar hundert wisst ihr was ich mit dem restlichen Batzen mache wie in Paris den Schwarzverleger lassen und Französinnen ficken oh nein Lakaien 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 ihr müsst sie umbringen verdammt oh Gott ok ok wir sind weg hier willkommen im hort unhauschmächlichen Chaos und Schreckens äh Tart Lakaien hallo das ist nicht dann das war die ganze zeit andere als wir drinnen waren warum läuft jetzt hier so musik wie von so einer achterbahn also der kruselbahn zu wenn er da kein die wenn das macht man nicht deine hinder gekommen muss ich jetzt reingehen Na gut. Drecksack! Okay, wir gehen mal rein. So! Alter, was hat er hier gemacht? Soll er das runterschießen vielleicht? Nee. Was hat er hier gemacht? Miau! Miau! Ihr könnt es mal eine uneinnehmbare Festung niemals überwenden! Gebt die Katzenware, hier können wir uns gleich Hilfe holen von Kettendiabetes. Wir brauchen Kettendiabetes. Analysiere. So. Kettendiabetes, ich rufe dich zur Hilfe! Und... Fortpower! Jetzt ist uns das Ding im Weg, Alter! Hab keine Furcht! Wunder Asch wird seine fantastischen Feinkräfte verwenden! Tja, haha. Da guckst du, Toolshed, hm? Eine Rahmenpackung? Nutze deine fantastischen Zeitkräfte, wann immer du bist! Ja, mach ich doch! Ich bin dahinter zu der Kiste, äh, zu dem... Die Kettendiabetes sagt, aufhören! Ja, die Klappe, ich bin dahinter. Na gut. Und... Ja! Zeitkümel nach Forts! Ich hab' auch Kohlekräfte! Ich hab' auch Kohlekräfte! Oha! Ihr werdet meine Hohleinnehmer anfestung! Ihr habt schon Drei überwunden! Oh, ich hab' was gesehen! Da war noch was! Mitgenommene TV-O-Konsole, okay! So! Und... Was ist hier los? Irgendwieso liegt hier wieder was am Boden? Sie sind hier überall... mhm... Fernseher... äh... montiert! Was macht zu? Na gut! Ich sehe euch! Dachtet ihr wirklich hätte keinen Plan B? Bist du euch klar, wie viele Lakaiden man mit 20.000 Dollar kaufen kann? Ach, das geht nach Hause! Wir suchen nur eine versputzene Katze! Das könnte euch so passen, Kuh-Friends! Warte! Wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu! Und allen! Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt... Mehr Lakaiden! Mal sehen, was ihr dazu sagt! Oh nein! Überall... Chaos-Lakaiden! Das werden wir tun, meine Freunde! Knie nieder vor Chaos oder stell dich, mein Lakaiden! Nicht in diesem Leben! Uhaha! Mein Chaos wird bereits bei dir! Ja... Ah... 180... Mh... Da hat auch 180... Die Lakaiden kann man nicht gucken... 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 Dann bringen wir ihn lieber zum Bluten! Und... Zack! Auf Sie Lakaiden! Hab keine Angst vor diesem Super-Penal! Äh... Auch 180? Ja! Mach den Handwerker Platz! Warum gibst du dich mit Schwächlingen in der Up-to-Shet? Ja! Warum's denn? Aha, aha... Aha... Ja... Okay, wir können nur über den unterbrochen... Da wollen wir auch beide Richtung einer Verlangen! Ja! Ja! Wir werden weitere entfernen! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Guck! Ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Ja, 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 nein... Ich bin mit Kite ist nicht schwach... Hau rein! Meinen Kite und das Spitzende? Hau rein! Wir können ihn zum Blüten bringen. Ach, verdammt. Okay. Ja! Jetzt müssen wir den Köter weghauen. Dann machen wir das. Oder mit Rückstoß beide treffen. Nein, das geht nicht mehr. Okay, nicht mehr. Komm mal den Köter weg. Nööööö. Ihr könnt nicht alle bezwingen. So, Human-Kaltes-Klang und er könnte eigentlich... Nee, kann man nicht. Na, gut, schon halt ihn. Ja, klar, ist der kurze, hä? Hau rein! So, Tushet. Das war immer deine Spezialkraft. Boah, ein Riesenbohrer, alter, geil! Was? Ha, Mexikaner, alter! Coon and Friends! Wir müssen ihm mal unsere Teamnamen einfügen, denn jetzt ist Coon Time! Kleiner Griego ist muy malo! Si, a ver sale gute dinero, eso! So, und, ha, ja! Lass dich nicht so vermöbeln! Na, was hat er da alles? Okay... Er hat 300, dann auch 300, also ist egal. Piu, piu, piu! Loslackern, das könnt ihr besser! Jetzt alle 300, zesch! Sollen wir holen die Karten mal zurück? So, ähm... So, ähm... Da blutet er gleich! Oh nein! Oh nein! Uh, die Gatcheln stark, ey! Wir werden Chaos nie ganz besiegen! Und hier lohnt sich... Er lohnt sich nicht! Scheiße! Geht dann nochmal auf ihn, dann ist er wenigstens gleich weg! Egal! Das auf jeden Fall weg! Mann, mir geht die Lakaien aus! Los, Lakaien! Das ist das Ende meiner Feuerwehr! Au! Fühlt den Zorn von Humankeit! Schade, jetzt habe ich kaum einen rassistischen Witz nicht verstanden! Piu, piu! Oh, au, ah! Dann komm in Hugar! Wenn nur zwei, die voll sind... Einer darfst du schon alle, die sind ganz schön stark, ey! Fuck! Was soll das nicht blöd sagen? Ja, 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 wenn du schon dabei bist! Mal helfen von den Umhauen hier! Oh, da darf man doch... Ah, da kann ich dir nicht auf den Slot, ey! Fuck! Das ist ja wundervoll! Scheiße! Der dann in hier mit Elektroschaden... Hey, oh! Du hast mal kein Geld gemacht! Dann, äh... Dann, äh... Ich komm immer auf einen! in der Nähe auf Aufbauung gestellt die Zeit mehr Gas-Jumannkeit Alter, komm mal nicht um deinen Scheiß dafür werde ich ganz geschoben Kacke aus, Krisen, Bastel ich arbeite nur hier Shit soll ich doch dein Beweichenblasen kalt ist dein Heiler nicht an, wenn du leben willst siehst nicht so viel aus Neuer äh, nicht so richtig äh, lass gerade auf Trommelus um Fläschenschaden anzurichten hier, da hätten wir mal auf Amateur vom Gerät ja, mit dem Nerd, Jimbo und Rand aus das Makaroni der alle dann Verbündeten heilt dem es Gegend gibt ich spüre das Chaos in dir komm zu mir was kann man machen, da kann man nämlich den Kuhn wieder aufstellen auch wenn wir dafür wahrscheinlich gleich fallen, aber wir haben den Zeitfort wieder verfügbar können wir uns dann wiederholen ja, und der Kuhn kann alle zum Bluten bringen das ist richtig geil ja ach und der, der uns ergreift, der fällt auch um ja, das sehe ich genauso tschüss so, jetzt ist er dran er haut den Kuhn um aber der dürfte nicht mehr allzu viel haben oh, doch noch scheiße will ihn aber auch zurückstoßen kann er leichte ich angreifen wenn wir mit Wiemlichkeiten noch ein Stück zurückgehen so, äh der geht drei Felder fuck, wir wissen doch ja oder das reicht nicht, da macht uns trotzdem platt ok, dann gehen wir hier und greifen direkt an so, wenn er bloß einen umhaut, reicht tschüssi schönen Tag noch ok Leute, ich glaube das reicht ja, Errungenschaft, der letzten Überlebende so, Ordner mit kopierten was, Ordner mit kopierten Essays ja, nice war's das jetzt? weiß der Geier ihr übernehmt diese Gasse und Supercrack und ich die Dächer so, wo zußen so, ok wo geht es jetzt weiter jetzt kommen wir bestimmt hier rein ok ok, ein Laser eine Map der Stadt holen wir uns erstmal das, was da oben liegt du 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 da geht schon hoch Ödlandanzug Ödland-Sundenbrille, geil wir müssen uns dann auf jeden Fall mal angucken hier unten liegt TNT ok ok wir müssen uns bestimmt wieder zurück setzen, das müssen wir bestimmt woanders hinschieben ok ok Kuhn und Freunde sind die Stadt I already let you do a class, there's nothing left to talk about. Tent man! Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm going to do with all the rest? Go to Paris and get a P-doll enhancement and fuck French Jicks. Super Craig.